Kundenberater. Die meisten haben das Gefühl, das ist ein Standard-Büro-Job. Ich allerdings bin ständig unterwegs. Der direkte Kundenkontakt, sei das bei Ihnen zu Hause oder in Ihren Betrieben, ist uns sehr wichtig. Mir gefällt besonders, dass ich so viele Freiheiten habe. Ich kann meine Arbeitswoche selber planen und fühle mich dadurch manchmal wie, wenn ich selbstständig werde. Ich berate meine Kunden bei allen Finanzzahlungen, sei das privat oder auch geschäftlich. Dadurch sehe ich, wie sie wohnen, wie sie arbeiten und natürlich auch, was sie beschäftigen. Ich bin zeitlich flexibel. Ich berate Kunden auf Wunsch auch früh am Morgen oder am Abend spät. Mein breites Netzwerk und meine proaktive Art helfen mir dabei, mein eigenes Kundenportfolio nahe zu nahe aufzubauen. Obwohl ich viel unterwegs bin, gehöre ich auch zu einem Team und nehme regelmässig an den Aktivitäten der Geschäftsstelle teil. Aber mit Abstand das Schönste ist es, dass es in diesem Beruf um Menschen und Lösungen geht. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, als mobiler Berater für die Walliantart zu sein. Ok, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017